Willkommen zurück zu einer weiteren Folge YouTubers Live 1 hier auf meinem Kanal. Wir machen weiter. Ich weiß gar nicht, wo sind wir stehen geblieben in der letzten Folge. Beim Essen. Okay. Ach stimmt, ich kann ja kein Video, keine Videos mehr aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Ganz seltsam. Hier haben wir wieder 1050, passt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, äh, warum ich hier, ja, keine Gameplays mehr machen kann. Ich glaube ich muss mein Content wechseln auf Koch oder so. Das wäre aber ohne Idee. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ich vielleicht noch, wenn ich jetzt hier, ich sage mal, wenig Videos. Hä, ja, ich weiß, aber ich kann nichts mehr machen. Ah, lol. Sag mir das doch, dass ich da anklicken muss. Hä? Verstehe ich? Och Gott. Okay, wir haben herausgefunden, warum ich keine Gameplays mehr aufnehmen kann. Geil. Ähm, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich jetzt als Game-YouTuber, ich sage mal, keine Lust mehr weiterzuspielen. Mein Ziel erreicht habe von einer Mille Abonnenten oder so, keine Ahnung. Ich habe mir da kein wirkliches Ziel gesetzt. Ob ich da vielleicht mal, ähm, äh, YouTuber als Koch oder als, keine Ahnung was machen soll. Äh, so ein, ja, zweites Gameplay halt, ne? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dafür gibt es hier unter diesem Video die Kommentarfunktion. Nutzt sie. Und gebt dem Daumen ein, äh, dem Daumen. Alles klar. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und auch wichtig für mich, damit ich sehe, ah, ich muss mehr Videos machen oder jeden Tag neues Video bringen. So. Ähm. Ja, 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 ja. Hier pausieren. Zum Event gehen. Ja. Das muss sein. Das kommt in den roten Bereich. Das, äh, ja. Da fehlen mir die Worte. So. Sea Party. Ähm. Hier. Pip. Nachricht. Nachricht. Party. Ähm. Wir schnallen dann erst mal mit der Madame dahinten, ne? Ja. Ähm. Ähm. Ja. Oh, 200 Kröten. Oh, geil, geil, geil. Das ist eine Lache. Hilfe. Was war das für eine Lache? ach du heimatland so wir müssen hier noch ein bisschen bleiben komm ich starte mal mit der hier profil ansehen mode ok über parties reden ich bin immer noch erkältet es tut mir leid ok das gefällt ja kommt wir gehen zurück wir sind voll wieder party nein scheiße ich wollte ich habe nur fünf tage zeit das wird nicht gut ankommen ok das kommt doch so gut an jetzt ist die frage ich glaube dass diese fünf tage spielzeit die laufen nicht weiter ab oder ich kann nicht tanzen nicht mal im real life das sieht aus wie umgehampelt das da das da fortsetzen automatisch weiter jetzt wissen wir ja wie es geht ich habe minus abos gemacht woi bist du bald mal fertig okay hochladen das ist das das wäre dann das hier und das machen wir auch wieder direkt erstmal auf automatisch okay das ist abgeschlossene sehr nice ja das ist der nächste auftrag hochladen sonst hat man aber keins mehr oder das machen wir gerade ne dann kannst du mal schlafen gehen entschuldigung aber das ist menschlich was muss das muss ok ich muss das wieder selber machen und das bringt mir ja hier gar nichts was soll denn das was soll denn das was soll denn das wow wow gut aha 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 ja ja hab ich okay das hier kommt besser an als das oh da war die miete fällig ah ich bin wieder im vierstelligen bereich kommentare moderieren kommentare moderieren oh das ist eine o die 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 auf zur party ich wusste jetzt mit dem video schneiden und offenen wieder alles selber machen es geht immer nicht anders so haben wir noch einen clip raus party wird nicht gut ankommen weil es das dritte mal hintereinander ist ja sag ich ja na dann zeig mal her was möchten der typ partnerschaft ok akzeptieren ja ich habe genug von der party dann machen wir ein neues video das nehmen wir jetzt selber auf das war fortsetzen aufnahme starten als erstes das da ist klar da grün und lila haben wir hier lila haben wir voll ok aber hier ist wieder grün und lila machen wir das grün und braun haben wir hier kein grün auf jeden fall nehmen wir das da wir nehmen das da da gibt es noch einen extra punkt genau ähm wir nehmen das da jetzt das scheiß drauf und das da haben wir haben wir alles voll schön und ich werde schon wieder müde das ist doch nicht mehr normal äh 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 das 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 und das rennen ja komischerweise krieg ich so viel mehr als gewollt keine ahnung warum naja darfst du noch ein Sandwich essen ja soll ja auch unermüdlich sein hier alles so das machen wir mal weg das nervt gerade kartentechnisch ja wir müssen ein bisschen studieren geht nicht anders soll ich nochmal arbeiten für zwei stunden und das kommt wiederum besser an als die anderen die ich auf automatisch machen warum auch immer ich weiß es einfach nicht ich weiß es einfach nicht hier ist alles fortgeschritten wir haben noch zwei auf mittel jetzt sind wir nämlich wieder auf 194.000 gekommen so muss es sein und nicht anders nein erzähl deinen freunden davon um dein video zu werten und promote deine videos mit beliebten Hashtags ja nice nice haben wir das auch gemacht 2,2 karbonenten gibt es dazu das läuft so danach darfst du ein Sandwich füllen ne ein Hotdog ne ein Hotdog Savage Hummer keine mehr wow äh ein Kryptor ist mit einer münchen wie so viel zählt und wird in weniger als eine Minute formatiert vergiss es glaub ich dir nämlich nicht da brauche ich erstmal ein Schluck Kaffee so habe ich schon mal erwähnt dass ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben dürft nicht aber die ich Universal schluss versus loud Okay, wir pausieren das mal ganz kurz Ich kann eh keine mehr kaufen Und ich sehe die hier auch Oh, was ist denn Da ist sie ja Ich wusste, dass dort oben noch Ein Reiter ist, den man anklicken konnte Hust, Hust So, das haben wir auch erledigt Jetzt haben wir nur noch eins Das wollen wir auch noch machen Das Mittel Schön, dass man die Kurse wenigstens mal pausieren kann Das ist die PS3, das ist die PS2, das ist die PS1 Die könnte man eigentlich rein theoretisch verkaufen Aber ne, ich bin Playstation Spieler PC und Playstation Spieler auch in Real Life Deswegen behalten wir das In Real Life habe ich noch keine PS1 mehr Da habe ich noch PS2, PS3, PS4 und die PS Vita Die PS Vita, ich weiß nicht warum Die muss mal repariert werden Die ladet nicht mehr So, ähm Ich will immer noch wissen, warum Level 12 hier das Maximum ist Weil ich muss mehr erreichen können Das geht nicht anders Hier geht es ja bis Level 20 Ich verstehe das nicht Wir brauchen neuen Content Und wir müssen uns jetzt erstmal ein Spiel holen Ja, sorry Schatzel, aber ich muss da ran So Hm Was geht, muss doch gleich ankommen Da ist es Call of Fury Previo Aha, aha Lass es dir schmecken Ähm Aufnahme starten Äh Das da Wie immer Als erstes Äh Das da So Das da Das da Äh Das da Das da Wir nehmen Wir nehmen das da Das da Und wir nehmen das da Und wir nehmen das Und wir nehmen das Und wir nehmen das So 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 Süchen So Interesse gleich Wow Ja Komm Nein Nein Tut mir leid Tut mir leid Jetzt Geringe Bedürfnisse Na dann Müssen wir doch erst mal schlafen gehen Scheiße Ich wollte moderieren Total übermüdet komme ich da hin Läuft Double Jazz Willkommen auf der Präsentation von Double Jazz Das ist ein Simulationsspiel und wir werden es für die Matendo C rausbringen Okay In den Previews bekommt das Spiel eine Wertung von GU Die Preview wurden von unserer firmen eigenen Spielern erstellt Ist immer so Das Game wird im November 22 Der Preis von 35 Dollar veröffentlicht Wer kostenlos das sechste planen möchte Fragt einfach beim Fototermin danach Okay Ich habe die Matendo zieht zwar nicht Aber Scheiß drauf Gratis Spiel Wer sagt da nicht nein Gib mal das Spiel bitte her Alter Der ist eine Lache Alter Das Katzenkämpfer Zimmi Hier lachen Komm ich will noch ein Foto machen Und dann kannst du daheben pennen Es kommt bestimmt gut an wenn man es übelst verpeilt und müde dahin kommt Yo ab nach Hause Ich muss Schlaf nachholen Ich habe nur noch neun Energie Da ist das Spiel Horror kannst du dann auch gleich futtern Jetzt konnte ich das Video nicht kommentieren Ich muss noch einen Pip machen Ich muss noch einen Pip machen Ich muss noch einen Pip machen Okay Ja ich mache das jetzt noch schnell zu Ende Ich sehe gerade Ich wünsche mir 27 Minuten Aufnahmezeit Nicht gut Eigentlich schon zu lang für das Video So So Das da. Das da. Ich wofür hier gerade noch irgendwas zusammen. Das da. Das könnte besser sein tatsächlich. Das. 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 Das.